ich teste in diesem video fünf eisbad challenges würde sagen wir starten direkt los mit die ersten challenge und zwar fünf minuten ganz normales eisbad okay auf geht es eine da bist du da wir starten und das ist erst die erste von fünf challenges also bleibt bis am schluss da weil die letzte challenge wird echt extrem ehrenlos letzte minuten jetzt hast du noch beißt und bist du 5 4 3 2 1 das war die erste challenge morgen sehen wir sie zur zweiten die wird schon einiges härter guten morgen neuer tag neue challenge und zwar wird heute im fluss geeisbadet und es wird auf jeden Fall einiges härter weil die thermodynamische schicht durch das fließende Wasser einfach nicht aufgebaut werden kann das heißt in der tonne wird er noch der zeit warm und im fluss eben nicht von dem her ja mal schauen wir sind am weg dorthin warm bei den bäumen ist der fluss da gehen wir jetzt hin was natürlich auch noch dazu kommt ist dass dann der weg nach hause wieder weiter weg ist also eigentlich eine challenge in der challenge so wir sind angekommen der fluss ist auf jeden Fall durch das ständige regen einiges höher waren ich hoffe mich vertreibt es da jetzt nicht ich bin euch ehrlich ich habe gar keinen bock ich glaube es gibt ja nicht mehr recht viel mehr zum zahlen und eine da aber ich habe ich habe einen nicht ich bin ich bin ich bin das ich bin das ich bin Jetzt den ganzen Weg wieder zurück, sicher ein Kilometer, aber geil man! Challenge 2, geschafft! So für die dritte Challenge habe ich mir jetzt meinen Wecker auf 4 Uhr in der Früh gestellt, das bedeutet ich werde aus dem Schlafgerissenen direkt ins Eisberg gehen. Wir sehen uns morgen, ciao! So, ich bin euch ehrlich, ich habe überhaupt keinen Bock da jetzt um einige. Ich habe mich so zusammenrissen müssen, dass ich laut dem Bett schon aufsteige. Und jetzt noch das ganze aufbauen mit dem Licht und so, plus dem Regen. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. So für jeden Fall munter, ich habe keinen Plan, ob ich jetzt weiter schlafen kann. Ich muss mich auf jeden Fall jetzt mal in der Dusche aufhärmen. Challenge Nummer 3 geschafft, auf geht's, ab zur Challenge Nummer 4. Let's go! So, für die vierte Challenge habe ich mir überlegt, wieder fünf Minuten Eisbaden, nur mit einem Unterschied. Und zwar habe ich euch ja erklärt, dass ihr die thermodynamische Schicht nach einer Minute ungefähr aufbaut. Um dem Ganzen jetzt entgegenzuwirken, werde ich nach einer Minute im Eisbad, aus dem Eisbad rausgehen, dann eine Minute im Eisbad heraus und aushalten und dann wieder reingehen, um so eben die Challenge noch härter zu machen. Ja, es wird nicht recht viel wärmer, von dem her, würde ich sagen, legen wir einfach los. Auf geht's! Okay, der Time ist gestartet. Ich hoffe, was hier jetzt. Der Wind ist heute extrem ehrenlos. Das wird das Draußenstehen noch so viel kälter machen. Aber wir sind ja schon bei Challenge 4, von dem her, weiter. Okay, auf geht's! Oh mein Gott, der Wind! Atmet! Körper kontrollieren! Und wieder rein! Zwei, eins, noch! Und jetzt nochmal raus! Jetzt hast du nochmal beißen! Versuche ich mich so wenig wie möglich zu bewegen. Oh, es ist extrem kalt! Holy shit! Meine Muskeln sparen uns jetzt extrem an. Einfach nur, um irgendwie Wärme im Körper zu halten. Die letzte halbe Minuten. Ohhhh! Bist du Gott noch? Drei, zwei, eins, null, jetzt geh auf stoppen! Holy shit! Was war das? Fuck! Das waren einige schlimme Nummern wie Challenge 3 und morgen sehen wir sich zu Challenge 5 was noch mehr alles zerreißen wird. Da wird es so ähnlich wie heute, noch einige schlimmer. Ich werde zu fit in die warme Dusche. Das war es für mich, wir sehen uns morgen. Ciao. So für die fünfte und letzte Challenge habe ich mir jetzt überlegt, wir starten wieder mit einer Minute Eisbaden und wie man sieht ist heute extrem kalt, es schneit sogar ein bisschen. Das bedeutet, das alleine wird schon reichen. Aber wir sind ja bei Challenge Nummer 5, oder der letzten Challenge, von dem her müssen wir noch eines drauflegen. Und zwar werde ich nach der 1 Minute Eisbaden dann rausgehen, 10 Liegestütze machen und wieder rein. Aber nicht einfach nur so in der Kälte, sondern ich habe mir noch etwas überlegt und zwar haben wir dann einen Wasserschlauch und so wird das Ganze dann ausschauen. Das bedeutet, unter diesem werde ich dann Liegestütze machen. Das wäre nunme extrem ehrenlos. Ich werde mich kurz vorbereiten und dann würde ich sagen, auf geht's. 3, 2, 1, und 10 Liegestütze. Zieh weg. Und runter du, hoppen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Holy. 1, 3, 5, 5, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 19, 10, 10, 15, 11, 12, 15, 0,15, 15, 20, 31, 30, Arbeitszeit UNDARENT 10 1 2 3 4 7 4 1 Ok, kurz berücken mir wird rechtfindig Ok Rottmann Sie versuchen zu berücken Ok Jetzt wird es gerade echt kritisch Mal kurz schwindelig werden Also Auf keinen Fall nachprobieren Obwohl es anfängers hat Ich weiß ja nicht wie schlau das das sonst ist Holy Aber Ich spür mein Körper überall Holy Shit Das ist auf jeden Fall das Schlimmste Von alle bis jetzt Holy Ok Kommen Und die letzten 10 Holy Shit 1 2 3 4 Das war Challenge Nummer 5 Holy Shit Oh So Das war's mit dem Video Wenn du mir herrliche Challenges sehen willst Lass auf jeden Fall ein Abo da Ich muss halt sofort Weil ich wärme mich jetzt so kalt Und ich hab ein bisschen Angst, dass es mich umhat von dem her Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal